Silvia Das Kind, das ist der Tick von euch Frauen, warum wollt ihr uns denn immer durchschauen? Doch ich sage ihnen, ganz im Vertrauen, was sie da glauben, stimmt nicht, wie spürt. Ich seh's am Gesicht, ob ein Mann die Wahrheit schriegt. Ach, wie raffiniert, nächstens geh ich nochmals lieb. Junge Mann, wenn sie auch nett und charmant sind, glauben sie mir, dass sie längst schon erkannt sind. Denn wenn sie zu mir auch noch sogar läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Junge Mann, wenn sie auch nett und charmant sind, glauben sie mir, dass sie längst schon erkannt sind. Denn wenn sie zu mir auch noch sogar läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Liebes Kind, das ist der Tick von euch Frauen, warum wollt ihr uns denn immer durchschauen? Doch ich sage ihnen, ganz im Vertrauen, was sie da glauben, stimmt nicht, wie spürt. Ich seh's am Gesicht, ob ein Mann die Wahrheit schriegt. Ach, wie raffiniert, nächstens geh ich nochmals lieb. Junge Mann, wenn sie auch nett und charmant sind, glauben sie mir, dass sie längst schon erkannt sind. Denn wenn sie zu mir auch noch sogar läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Junge Mann, wenn sie auch nett und charmant sind, glauben sie mir, dass sie längst schon erkannt sind. Denn wenn sie zu mir auch noch sogar läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Und wenn sie zu mir auch noch läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Und wenn sie zu mir auch noch läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Und wenn sie zu mir auch noch läuft, schlägt ihr Herz für die andere Ruhe. Und sie macht sie so, schlägt sie so. Kusskusskusskrupsk Kuss, 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 K Hussi 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 H Entschuldigung. Hussi 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 H Kuss, kuss, kuss. Furthermore, the equation E is equal M C squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and with the worth. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kropecraft and Walden in 1932 experimentally. The mass and energy was made by Kropecraft. The mass and energy was made by Kropecraft. Musik Musik Musik